Deutschlandfunk, Nachrichten leicht. Der Wochenrückblick in einfacher Sprache. Zu wenig Klimaschutz. Auf der Erde wird es immer wärmer und es gibt immer mehr Naturkatastrophen. Der Weltklimarat sagt, schuld daran ist der Mensch. Der Weltklimarat hat einen neuen Bericht geschrieben. Er sagt, die Temperatur auf der Erde ist schon viel höher als im 19. Jahrhundert. Die Temperatur ist um 1,1 Grad Celsius gestiegen. Bis zu dem Jahr 2030 sind es 1,5 Grad. Die Folge, es wird immer wärmer und Dürren nehmen zu. Dann wachsen weniger Pflanzen und viele Menschen haben nichts mehr zu essen. Außerdem gibt es immer häufiger Starkregen. Das heißt, es regnet so viel, dass es Überschwemmungen gibt. Schon jetzt steigt der Meeresspiegel an und die Gletscher schmelzen. Daran kann man nichts mehr ändern. Der Weltklimarat sagt auch, die Menschen sind daran schuld. Sie verbrauchen zu viel Öl, Kohle und Gas. Das schadet dem Klima, weil zu viele Schadstoffe entstehen. Der Klimaforscher Dirk Notz sagt, jeder Mensch kann zum Klimaschutz beitragen. Zum Beispiel hilft es, wenn man keine Wegwerfprodukte mehr kauft und weniger Fleisch isst. Für kurze Strecken kann man das Fahrrad nehmen und nicht das Auto. Auch viele Politikerinnen und Politiker sagen, wir müssen mehr für den Klimaschutz tun. Corona-Tests nicht mehr umsonst. Es gibt bald neue Corona-Regeln in Deutschland. Die Chefinnen und Chefs von den Bundesländern und Bundeskanzlerin Merkel haben entschieden, die Schnelltests sollen nicht mehr kostenlos für alle Menschen sein. Aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel für Kinder oder kranke Menschen. Die Regel gilt vom 11. Oktober. Die Politikerinnen und Politiker sagen, fast jeder in Deutschland kann sich gegen Corona impfen lassen. Deswegen ist es nicht gerecht, dass der Staat weiter die Tests für Menschen bezahlt, die sich nicht impfen lassen wollen. Ab dem 23. August gilt eine andere neue Regel für Innenräume. Die Regierung nennt sie 3G-Regel. Das bedeutet, man muss geimpft, getestet oder wieder gesund sein nach einer Corona-Erkrankung. Dann darf man zum Beispiel in einem Restaurant drinnen essen oder ins Kino oder Sport in einer Halle machen. Wenn man nicht geimpft ist und nicht getestet, darf man viele Sachen nicht mehr machen. Deswegen gibt es Kritik. Manche sagen, die Regelungen sind so ähnlich wie eine Pflicht zum Impfen. Sie finden, eine Impfung soll freiwillig sein. Bund und Länder haben auch noch über die Flutkatastrophe im Westen von Deutschland gesprochen. Sie haben entschieden, wir geben 30 Milliarden Euro. Mit dem Geld sollen die Schäden behoben werden. Streiks bei der Bahn Bei der Deutschen Bahn haben die Lokführer gestreikt. Grund dafür ist ein Streit zwischen der Bahn und der Gewerkschaft der Lokführer, GDL. Weil die Lokführer gestreikt haben, sind am Mittwoch und Donnerstag viele Züge nicht gefahren. Viele Menschen konnten nicht verreisen. Außerdem gab es viele Verspätungen. Auch im Güterverkehr sind viele Züge nicht gefahren. Die Bahn kritisiert den Streik von der GDL. Sie sagt, zu viele Menschen mussten die wenigen Züge benutzen. Das ist wegen der Corona-Pandemie unverantwortlich. Die Gewerkschaft sagt, die Bahn ist schuld an dem Streik. Das Angebot von der Bahn für Lohnerhöhungen ist zu niedrig. Die GDL will ab diesem Jahr 3,2 Prozent mehr Geld und einen Corona-Bonus von 600 Euro. Die Bahn will erst später mehr Lohn zahlen und sie ist gegen einen Corona-Bonus. Ölkonzern muss zahlen. Die Firma Shell bohrt nach Öl und verkauft es. Das macht Shell auf der ganzen Welt. In dem Land Nigeria in Afrika hat das die Umwelt verschmutzt. Deshalb bezahlt Shell jetzt fast 100 Millionen Euro an Bauern. Der Fall liegt schon 40 Jahre zurück. Damals hat es Streit über Löcher in Ölleitungen gegeben. Das Öl hat den Boden in mehreren Dörfern verschmutzt. Die Menschen konnten ihr Wasser nicht mehr trinken. Und das Öl hat auch den Boden verseucht, auf dem die Menschen ihr Essen angebaut haben. Deshalb haben Bäuerinnen und Bauern gegen Shell geklagt. Ein Gericht hat schon vor 10 Jahren entschieden, Shell ist schuldig. Aber die Firma hat das Urteil nicht akzeptiert. Shell sagt, wir sind nicht schuld an den Löchern, das waren andere. Jetzt hat sich der Ölkonzern doch mit den Bauern geeinigt. Die Fußball-Bundesliga startet in die 59. Saison. Trotz der Corona-Pandemie dürfen wieder Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien kommen. Wer ein Fußballspiel im Stadion sehen will, muss die 3G-Regel beachten. Das heißt, man muss geimpft, wieder gesund oder getestet sein. Es gibt aber eine Ausnahme. In Köln dürfen nur Geimpfte und Genesene in das Stadion. Ein negativer Corona-Test reicht nicht aus. Schon vor einer Woche hat es Fußballspiele gegeben. Und zwar die erste Runde im DFB-Pokal. Dabei hat es zwei Überraschungen gegeben. Eintracht Frankfurt aus der Bundesliga hat gegen Waldhof Mannheim aus der 3. Liga verloren. Und die Spielvereinigung Greuther Fürth hat gegen den SV Babelsberg 03 aus der 4. Liga verloren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017